Laut einer Studie US-amerikanischer MedizinerInnen funktioniert Abnehmen im Schlaf wirklich. In einer Untersuchung mit 80 übergewichtigen Erwachsenen fanden die ForscherInnen heraus, dass eine Zunahme der Schlafdauer sich positiv auf die Energieaufnahme auswirkte. Sie nahmen im Durchschnitt etwa 270 Kalorien weniger zu sich. Die MedizinerInnen rechneten aus, dass man auf diese Weise bis zu 12 Kilo in drei Jahren verlieren könnte. Grund dafür sollen die Hormone sein. Schlafmangel kann den Spiegel des Stresshormons Cortisol erhöhen und den Hormonspiegel von Leptin, das den Appetit kontrolliert, senken. Die Folge, wenig Schlaf kann zu Heißhungerattacken und zu einer verstärkten Fettspeicherung führen. Übergewicht ist da vorprogrammiert. Wer also auf seine Linie achten möchte, ab ins Bett und lange schlafen.